So ein bisschen loswerden. Sind das wirklich alles die gleichen Schwerter? Das sind immer die gleichen. Ich kann grad nix in den Inventar packen. Ich muss sie nur schnell raus haben, wir haben da noch Rüstungen und so. 44 Stück, das sind 22 Schwerter, dass wir auch schon wieder Gold, was wir da rausziehen könnten. Das müssen wir mit dem Crafter bauen. Ich jump erstmal da hinten hin, wenn ich meine Taschen vorher noch oder zumindest eine Seite, wenn ich irgendwo Platz in der Kiste finde. Rucksack hab ich auch nix frei. Warte, wir brauchen den Schneider nicht, wir brauchen das gerade nicht. Ah, die Spitze kann weg. Der Schüssel kann weg, die Fackel kann weg. So. Jetzt suchen wir jetzt erstmal ein bisschen Material von hinten weg. Das war das Wichtigste. Charcoal, wir können die ganze Le... Kann ich das mit Shift denn nicht machen? Achso, muss ich den aktiv... Nee. dünn eigentlich so okay das ist die obere ganze inventar hälfte aber was ich glaube ich zu nutzen gerade machen würde wenn das so geht dann wo ich das ja nicht freundlich so ein paar materialien und reinpacken das würde ich mir jetzt einfach dann so rüber schieße das portal um ecke und jetzt glaube ich momentan jetzt gerade nicht in die hölle total dahin da hinten in der schrieb oder durch das kann ständig ist das material auf jeden fall der gas müssen sein so sagt es war immer sortieren hier sagt ob sie die andere ausschauen wird wir nehmen das auf jeden fall mit wir nehmen dies 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 ja das kann auch das kann auch hier so viel platz aber schon 17 teils 9000 okay das haben wir zwar hier die die kisten da vorne sind glaube ich auch voll dass das steht wenn man nicht ich habe erstmal das wichtigste und kohle in war vielleicht da war da auch noch ne naja hier ist auch noch material für dich irgendwas portal im schnappen das ist noch rein so noch mehr material rein einmal kurz zutieren das ist 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 das kann rein das diamant auf jeden fall mit einer storage kommen wir jetzt natürlich nicht weit muss ich natürlich sagen aber wir kommen auf jeden fall weit oh muss ich schon mal sortieren können da werden sich glaube ich einige freuen dass wir das haben jetzt muss ich einmal die ganzen gesten durchgehen was wir wegschmeißen können ja wenn man das sieht was man überall in den gesten hat da würde sich jeder freuen hier gerade das silberkohle das sind nur ärzte ärzte nehme ich später mit so da muss ich wieder meinem niesen entkommen okay so gar nö v-myung jetzt kann später rein also sie sortieren kohle dit auf jeden fall setter squad asiat briggs hier das kann alles rein iron geht's weiter schatz nö 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 mhm let let das spiel beginnig ok ok hat dies natürlich also wie gesagt erst mal das wichtigste dann das unwichtigste und eben und so weiter bis ich nachher im endeffekt alles habe was ich in der reingeschissen habe reingeschmissen haben will so jetzt kommen wir noch an die gisten da ist ja auch noch einiges drin kohle 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 sortieren nochmal nachschauen nix drin ok sortieren dück jetzt war das erste wieder weg hier flup da sieht man erst was man wirklich dann hat kohle 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 ne rubies diamanten kohle auf jeden fall jetzt haben wir noch kohle und lapis hier ist noch kohle kohle und sonst nix der kann nicht weiter produzieren weil er keinen platz mehr hat jetzt haben wir noch die eine kiste hier ja da müssen wir fast alles raus da würde ich fast alles in diese kiste reinschmeißen dann hier nicht so wir machen erstmal so richtige sachen die wir mitnehmen können hylorium pulverweiß kohle test hier ist gar nichts mehr drinne also hier geht es über charcoal pulverweiß shiny metal ach so ja florium zack fertiges scheint erstmal das wichtigste gewesen ist ja da können wir uns auf jeden fall um die nächstes deutsch kümmern da kann er fast irgendwann alles rein das heißt mal jetzt schauen wir viel material haben wir gucken wir jetzt erstmal nur mit den ganzen ärzten die jetzt momentan noch und alles was wir haben haben wir 20 bytes das ist ein drittel haben wir schon mal verbraucht nur mit dem material was hier drin ist und das ist nicht viel so dazu sagen hier haben wir auch noch massenweise 1 2 3 ok dann müssen wir noch ein paar von den goldenen dingern herstellen der kommt natürlich da hin so jetzt haben wir nur eine 4k ok natürlich die 4k schon mal hier speichern ähm schau mal was haben wir an gold noch oder was müssen wir noch schmelzen hier kommen wir hier aber 2,6 gold schmelzen und wir können 10 diamanten auf jeden Fall machen charge und das und ich muss jetzt darauf achten dass ich hier gleich das da mit diesem eulen zieht es da hin bekomme und nicht wieder auf deutsch gesagt verkackeln jetzt kann ich das nicht halbieren jetzt nochmal 2,6 Stück jetzt kümmern ich mich dass ich 2,6 sand habe und das an jetzt geschau hier wohl wieviel zeit wir noch haben äh sand achso ich wollte hier brennen brenn du sau ok denke dran hier bleiben magnet auslösen und 2 minuten warten die zwei minuten laufen jetzt ab jetzt okay zwar timer stellen ist der fünf minuten laufen oder drei minuten sie raus und wenn sie nicht fertig sind ist egal und daraus ziehen hat die amand sind den baum ich höre ich was wir haben noch prozesse drinnen das ist der lasse denn die sind da drin okay dann lasse ich die erst mal machen hier wohl da haben wir ein paar schon vorgestellt da machen wir es strecke ich die mal kurz raus kann man nicht hier unten auch noch mal noch ane das gerade das wo müsste der sein rausziehen vorne die frage und zieht das hinten aus das würde mich natürlich interessieren was er nimmt fünf er hat aber auch wieder aber brauchen wir dann noch haben wir noch silikon auch natürlich das zeichnet pressen haben wir noch sonst eigentlich nicht viel ich würde mich jetzt darum kümmern ich sehe gerade auf der folgenden show dass wir eigentlich ein folgenende machen wir haben jetzt anderthalb zwei stunden aufgenommen und sehr wenig von circa zwei stunden nicht um sie mir kümmern da ich jetzt noch paar zellen mache die kurve umstelle alles da rein schmeiße auf deutsch gesagt ein bisschen mir alles angucken wie viel platz wir haben vielleicht noch ein zwei zellen herstellen und ich würde dann sagen schauen eben was die kurze ist da vorne machen wir sind fertig sauber dann lasse ich es jetzt hier in ruhe laufen ich würde sagen wir sind uns beim nächsten mal gleich wieder mit den anderen bekloppen ohne mich alleine ich weiß es nicht wie wir aufnehmen werden deswegen würde ich sagen ich hoffe es hat euch gefallen ein bisschen im e-neu rein zu kommen es war ein bisschen favorit auch für mich es ist sogar neu wie das im e-neu abläuft und dann würde ich sagen wir sind bis zum nächsten mal ja vielleicht unter b und schönen tag noch tschüss